hallo und herzlich willkommen von fortnite belgoyale shop video ich weiß meine shop videos kommen jetzt immer übel spät ich kann das nicht ändern liebe leute es ist leider so ist leider so kann ich nicht ändern tut mir leid das hobby so aber wir gucken erstmal rein weil ich hab wo neues gibt auf der webgeist können wir heute nicht gucken liebe freunde guck mir leid geht leider heute nicht wir gucken aber ob was neues gibt ja mal gut okay die musik wieder ja okay wir haben neun charakter wir haben einen neuen charakter leute gegen silica kammer silica kappa geht taugen 800 wie bachkopf der chili paket und johann die chili choker einfach mal kann ich mich auch einzeln kaufen einfach die taugen 500 bieber und die biskarte kostet 800 bieber einzeln so entgegen wir auch neu das ist chili choker einfach anders so haben wir noch etwas schönes im körper war alles da 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 sieht nicht so auf ich glaube dass eigentlich kein neues glaube ich hier ist es naja wenn ihr euch die wunderschöne 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 chili choker kaufen wollt dann vergesst nicht gegen korea zu geben und auf annehmen würden und ja wenn ihr keine weiter im fortnite belga ja ich habe videos verpassen wollt lasst ein abo gar jeden Tag mache ich euch fortnite belga ja ich habe video ja das video kommt jeden tag unterschiedlich online von unterschiedlichen urzeiten ist leider so kann ich nicht ändern ich komme dann bis zum nächsten mal ganz gut aus